Na aber hallo, ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Mein alter Assistent Patrick sollte mir letztens eine Lieferung feinster Werkzeuge aus den Jorkenstellen bringen. War schon fast hier, als eines dieser Bobcat-Mädchen die Straße vor der Damaskus-Mine runtergerast kam und ihn fast umgerannt hätte. Er hat sich so erschreckt, dass er den ganzen Weg hierher gerannt ist. Dummerweise hat er auf dem Weg alle Werkzeuge fallen lassen. Er ist kein mutiger Mann und jetzt weigert er sich die Werkzeuge suchen zu gehen. Sie liegen dort jetzt einfach herum und verrosten. Ich habe keine Zeit selber nach ihnen zu suchen, aber vielleicht könntest du das für mich machen. Ich wäre dir ewig dankbar, junge Dame. Die Fracht enttiert einen Hammer, eine Metallklammer und einen glänzenden Mienhacker. Das feinste Jorvik-Stahl. Das feinste Jorvik-Stahl. Das feinste Jorvik-Stahl. Ah, du bist ein Engel, Cara. Das ist wirklich ein toller Tag. Ich bin so froh, dass du alle meine Werkzeuge gefunden hast. Ich bin so froh.